Ein Reihmitglied Wir sind direkt hier Richtung Nord-West Äh Nord-Ost Dazu diese kleinen Häuser Ja Wunderbar Ich bin auf dem Weg Auch gar nicht im Fallschirm Das obere Feld da vorne Was Nord-Ost das? Das war aber nicht unter uns die Sondern diese Ost-Nord-Ost Nicht die Lager Äh Oh Der kommt ein Fahrzeug Ja wow Alter ich bin alleine hier ne Oh nee du schaffst das Okay Auto fährt wieder Zwei Minuten bis Gas Bin immer noch in der Safe Zone Ja wer hat hier mal bei mir gelandet? Oh ja ich sehe einen Ich sehe einen Entweder will der scouten Dass der andere mich umlaufen kann Oben am Strommast ist der Oben am Strommast ist der Oben am Strommast ist der Ich muss laufen jetzt 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 ist Final Ich muss laufen Ja ja Ok 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 Alles gut Alles gut alles gut Alles gut Nein ich befinde mich im Gas Ich befinde mich im Gas Die haben bessere Ausgangsposition Die haben bessere Ausgangsposition Ich muss laufen Ich muss laufen Ich bin down Ich konnte nichts machen Schade ja Platz zwei Sag wenn du in der Lobby bist dann such ich neu Ich konnte nichts machen Ja Da seht ihr mal das Das immer am Rand vom Gas stehen Nicht immer so klug ist Attacke Da steht rechts ein Auto hinterm Berg Echt? Wo? Da hinten vier Autos Ja Boah Alter Da sind sogar Leute Die schießen auf uns Ja dann lass mal Oh Das Auto Nicht schießen Durchziehen Ne Ja Ich hab keinen Hat Heilte euch Bandage rein Jungs...hinter uns Hinter uns Hinter uns Hinter uns Ja einsteigen und weg Alle rein Alle rein Los 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 Fahr Ist egal Wenn einer stehen bleibt Fahrs Mostly alles was Aber leute bleibt mal stehen bleibt mal stehen irgendwo im wald nicht mit einem freien feld irgendwo im wald irgendwo im wald stehen bleiben dann kann ich mal tanken hat er gerade wirklich mit der pumpe geschossen ich hatte nichts anderes hat hat acht achtung schießen jetzt kann man von hier vom stein mit granaten eine hat headshot also ich schieße die schon ganze zeit der ist links am auto der eine hat hit bekommen von mir passt auf das auto auf der feld links weg ich habe auch nicht der andere schießt mit revolver ich glaube ich bin links wo ist er er kommt an der kiste rum ja der kratzer hat ihn da und komm mach ihn ein schuss ein schuss sauber winna winna juhu da steht ein police car und ein jeep da ist nicht wie viele da drin sind einer wollen wir uns den holen ja aufsteigen da sind noch mehr da sind noch mehr wollen wir versuchen oder abhauen ja ich sehe den ich lass abhauen ok steig ein ich habe den zweiten konnte ich nicht sehen wegen es wurde es angehittet ja die sind und die müssen irgendwo da und sein ich glaube mal kurz ein stück den berg hoch und guck mal ob das auto da noch steht ja achtung ist gewalt ich bin gleich gebombt ich bin gleich gebombt ich bin mal hoch ich bin eigentlich gut das auto ist weg ich bin jetzt hit hit halt weg komm einsteigen und hinterher ja vorne laufen zwei drei leute drei leute sind das wo unten jetzt links von uns in dem kleinen waldstück die laufen in richtung von den häusern die haben wahrscheinlich airdrop gelootet nein meint sie sind unterm wasser oder was ja die sind da unterm wasser hier hinterm steigen aus raus und dann ausschießen einer zwei jetzt einer hat nen hit den arrow oh unser auto der schießt auf unser auto ja steig ein wahrscheinlich wegen airdropter bombe ist safe ich steh mal ich geh mal kurz raus ja bombe ist safe achtung rechts beim wo ist er hin hinter dem wohnwagen ist der hinter dem rechten da sind zwei stück mindestens irgendwo da ja da ist er Achtung los ist das sind zwei stück mindestens achso du weißt ja steig ein wir fahren weg hier müsste ja irgendwas safe sein dann können wir gleich in das waldstück da unten rein wenn die dann rüber gelaufen kommen können wir die töten hier vor uns ne ja ja fahr erst nochmal durch und guck ob das alles sauber ist sieht sauber aus ja die kommen die fahren hier schon äh die laufen schon hier hin dann lass mal hier aussteigen die sind schon mit explosives raus oder sonst boah ich bin zu nah am gas gewesen wie viel explosives haben die denn er hat jetzt zweites nehm schon mal mit madcat am besten oh ja ich muss sowieso ich hab nur noch 60 live das war close ähm gas kommt 200 ich brauchte wohl ein paar ich hab ne eigentlich nur noch 30 40 das gas kommt ne oh alter entern baum ist das safe die können uns nicht killen entern baum ist das safe kannst du mir ein bisschen eier vielleicht legen ähm wie mach ich das schiff gedrückt halten nur über 10 genau hier hinter dir liegen 100 jetzt hab ich auch noch 120 gas kommt das sind 3 stück oh der hat mich gut gehittet oder nix ist nur noch einer haym ist kaputt gegangen komm gas mal nachladen lebst du noch? ja hast du noch kannst du dich noch verbinden? einer push rechts oh fuck ich hab die falsche waffe in der hand hit 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 nein ich bin down scheiße der hat aber einen headshot kassiert und 3 hits rechts der durchpusht ich bin down achten der wift nate ja er kommt er kommt er kommt wir haben beide nix geworfen bist du down? ja ach schade schade aber war ein guter fight war ein guter fight ja freunde ich würde sagen damit ist für heute das video beendet wenn euch das video gefallen hat lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und dann würde ich sagen sehen wir uns zum nächsten wieder also haut rein dann